Wir sind als CSU wieder da. Wir sind aus den letzten viereinhalb Monaten am besten von allen Parteien rausgekommen. Und der politische Aschermittwoch ist seit jeher das Hochamt der CSU. Nach meinem Gefühl war es dieses Jahr einer der allerbesten. Wir sind wirklich in Bestaufstellung für dieses Landtagswahljahr. Es fühlt sich nach einem großen Privileg, nach einem großen Geschenk an, hier vor 6000 Anhängern, Freunden zu reden und zu spüren, was diese Partei ausmacht, wie sie lebt, wie sie bebt, wie sie mitfiebert und immer getragen ist von der Liebe zu Bayern und vom Wunsch, die Dinge gut zu gestalten. Das ist einfach einzigartig.